Kommen wir nach Lindenau Die Pfeffern die Hits, du checkst wieder nix und träumst von orange und blau Kommen wir nach Leipzig-West Kalt oder warm, wir schlagen die Cuts und Reverse ganz ohne Stress Sei nicht so abgehetzt, sei nicht so abgehetzt Bleib fokussiert, bleib fokussiert, geh fliegen die Touches weg Wurde's krass ausgeflickt, Backspin-Hit macht die Crowds verrückt Die Erde ist rund, die Bälle sind rund, die Netze sind rund Schau wie der Tukan fliegt Schau wie der Tukan fliegt Wie er kurz faked, sich sofort aced und dann in zwei Sätzen siegt Den Schnabel auf Glanz poliert Die Federn perfekt frisiert Geht in den Block, hat immer Bock, auch wenn er mal verliert Also komm mal nach Lindenau Community nice, Leipzig ist Hype, jetzt bau hier dein Set mal auf Dein Hit landet auf den Rim, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm Die Erde ist rund, die Bälle sind rund, die Netze sind rund Und der Tukan fliegt Wer kann, der kann Mit zwei Dosen in der Hand Ja, der normale Hit, den hatten wir ja, wird aus der Hand geschlagen Beim Flick sieht das Ganze ein bisschen anders aus So, dass man den Ball perfekt in die Richtung schlägt, wo man möchte Und dann entscheidet unser Handgelenk, in welche Richtung der Ball geschlagen wird Wichtig immer, seid mobil, seid beweglich Und versucht auch eure Hände zu benutzen